Ich kann wohl mit eurem Gesicht arbeiten. Schließlich hat ein Bildhauer auch nicht immer den feinsten Granit zu außen. Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die Verspürung gleich. Das haben wir alle schon mal gehört, Breen. Macht euch nichts vor. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr... Aha, hier gibt's viele alte Kerle. Das ist eine rührende Geschichte. Und jetzt geht mir aus den Augen. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, verlässlich und entschlossen. Ihr also... Nun da ich mit unserer... Sie schulden und... Ich möchte, dass ihr ihnen die... Kirawa, Bersi... Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch... Um ehrlich zu sein... Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass... Gut. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun... Helga ist eine fromme Anhängerin von die Bella und ganz vernarrt solch einen Eindruck. Der Schlüssel ist diese... Kirawa redet mit Talen-Yai im Bienen... Ja, ich glaube, ich kenne ihn. Er versteckt sich in den Rattenweg-Wohnkaserne... Ganz schön mutig von euch, hier runterzukommen. Und er bezahlt uns gut dafür, dass niemand davon erfährt. Im Rattenweg ist schon so manchem was zugestoßen. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenwegs. Seid vorsichtig. Ich werde hier sein, wenn ihr euch seid. Da ist der Agenten-Wohnkaserne... Wurst! Wurst! Runa! Das war nur ein Wachstum. Ihr wollt mich besiegen? Unmöglich. Esbern kann uns nicht entkommen, Dunk. Ich werde heute Abend gut essen. Jetzt runter! Verschwindet! Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Delfin? Woher... Also habt ihr sie endlich gefunden? Und ihr seid zweifellos einer von ihnen. Lasst mich in Ruhe. Ich hab euch doch gesagt, dass ihr verschwinden sollt. Ich mach... Dann lebt Delfin tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Kommt! Kommt herein, kommt herein! RUNA! Jemand muss mir helfen! Jetzt können wir uns mal daheim. Also kämpft Delfin immer noch. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es Hoffnung... Ja, ja, das habt ihr... Habt ihr es noch nicht? Alduin... Der Dram... Niemand kann... Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Ja, ja... Ihr wisst es ja... Nur ein... Es scheint, als seien die Götter und... Was? Dann... Wir müssen gehen. Schnell! Führt mich zu Delfin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber es gibt mir... Nur ein Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen... Das werde ich brauchen... Das werde ich brauchen... Der Takt war... Das ist meine... Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Ist der Mann Gold auf den Großen? Da ist der Agent der Klingel! Das könnte gehen! Das war schon alles? Wirklich? Bruder! Ich habe dich wieder getötet. Das sieht auf Ärger aus. Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Da lasst ja nicht. Da sind die Noten. Das ist die Noten. Demut sind die Noten. Das ist die Noten. Das ist die Notfensterung. Hört den! Mord! Da ist der Agent, der klingelt. Wer ist da? Gut. Sie sind weg. Sie sind weg. Ich mache mich aus dem Staub. Und jetzt werdet ihr dafür schützen. Ich bin zu alt. Hier gibt es schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Ich bin zu alt. Ich bin zu alt. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Ich bin zu alt. Ich bin zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut. Ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut. Kommt. Ich weiß, wo wir reden können. Orkner, übernimmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delfin. Ja. 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 Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über. Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Es wären was? Gebt mir nur einen Augenblick. Genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach. Während ihrer Erd. Oberungsfeldzüge. Jahrhundert... Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Eich... Das Volt. Dort werden wir Alduins Mauer finden. Psst! Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Die Eichhörer-Militär-Militärk Die Eichhörer-Militärk Die Eichhörer-Militärk ich kann euch zu jeder haupt wohin soll es gehen klettert wieder hinein dann sind wir weg hier im markt befindet alles zurückbleiben die stadtwache von mark hat hat alles unter kontrolle hier sind keine ich schätze die luft des rhein für mein fall alles zurückbleiben habt ihr diesen irren gesehen ein agent der abgeschworen hier in der stadtwache ich glaube er hat den sie versprechen den leuten alle noch zu vernichten die rich beherrschen wir können wir haben alle habt ihr diesen irren gesehen ist bei euch alles in ordnung habt ihr gesehen was geschehen ist die abgeschworen ich glaube das habt ihr verloren eine art notiz mein zettel nein das ist eurer er muss euch aus der tasche gefallen sein join jr 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 jr